Grüß Gott allerseits Wir sind jetzt gerade wach Meine Augenbrauen sieht voll krass aus Auf jeden Fall, wir sind schon ein bisschen länger wach Wir packen jetzt gerade unsere Sachen Für Meran Und gleich fahren wir auch zum Bahnhof Da treffen wir uns alle Stuttgart Und dann fahren wir mit dem Bus weiter Was wir voll cool finden, weil das so ein So ein Klassenfahrten-Flair hat Und ähm Hast du schon gegessen? Hauptschubgasse Und Katten muss noch kurz zu meiner Mutter Weil sie dir noch was holen muss Gell? Du hast dein Regeln Entschuldigung Kein Problem Kat! Das lässt sich schief ziehen. Wahrscheinlich von meinem E-Force hin und her, die es geworfen haben. Oh, so scheiße mit dem Koffer. Sie ist gerade auf dem Weg zum Bus, wenn wir den überhaupt finden. Da, wo wir uns eigentlich treffen sollten, konnte der Bus nicht halten. Jetzt ist er irgendwo anders. Und wir haben keine Ahnung. Ich muss noch mal kurz anrufen hier. Wir sind jetzt eigentlich am Bus angekommen. Und die anderen sind jetzt auch da. Hallo! Hallo! Hallo, alles Gute Nacht? Hallo! Hallo, mein Schatz! Alles gut? Alles Gute Nacht? Hallo! Der ist wieder veramtet! Es sieht richtig aus. Wir haben die Kameras mehr. Ach Gott! Hallo! Hallo! Hast du denn noch Patasol? Nein, nein, keine Zeit. Hä? Wir machen Süßenshops. Ihr könnt ja knicken. Wir müssen eigentlich schon 12 Uhr loswerden. Wir fahren sieben Stunden. Das geht nicht. Ja, gar nicht. So, jetzt müssen wir los. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr Süßigkeiten zu kaufen. Wir verhungern im Bus. So, wir sind jetzt alle im Bus. Und natürlich so viele. Vlogception. Oh shit. Wir sind jetzt alle hier im YouTuber-Bus. Sag mal alle Hallo. Hallo. Ja, da sind die anderen. Ich hab dich auch mal jetzt von uns aufgeschnappt. Sechseinhalb, sieben Stunden. Das wollte ich noch nicht nochmal sagen. Ich bin mal gespannt. Wir fahren jetzt viereinhalb Stunden. Anderer Tag? Also, was sagst du immer, wenn du sagst eineinhalb oder zweieinhalb? Und was sagst du da? Sag mal, sag das mal. Zweieinhalb, viereinhalb, ne? Ja, du sagst auch zweieinhalb. Die kennen sich noch gar nicht. Hallo, das ist unsere neue übrigens hier. Voll sexy. Ich glaub, die mögen sich. Übel ist wirklich. Weibchen und Männchen. Noch nicht so schnell hier. Ja, was los da? Die Sitze, die zum Gang rausgehen. Wenn ihr unten bei den Knopf drückt, was die Pfeile nach außen habt, dann könnt ihr nur den Sitz ein bisschen breiter machen. Immer die zwei Sitze, die zum Gang rausgehen, habt ihr ein bisschen mehr Platz. Das ist angenehmer zu sitzen. Wenn ihr ein Wasser braucht, hier vorne ist ein Kühlschrank, wo auch ein Wasser ist. Scheiße. Hiiii. Herr Anstein. Ich wurde hier jetzt alleine genießen. Da ist eine Bergbahn, eine Gondel. Hab ich auch schon gesehen. Gondel. Oh mein Gott, ich bin noch nie Gondel gefahren. Echt? Ich auch nicht. Ja. Ich bin ein richtiges Opfer. Wir sind jetzt auf jeden Fall immer noch unterwegs im Bus. Ich bin da auch so müde, ey. Wir machen alles gleich. Und ähm, wir fahren noch zwei Stunden. Zwei Stunden? Das ist aber so. Wir sind jetzt, auf jeden Fall sind wir jetzt schon in Österreich. Das heißt, wir können nichts mehr posten uns da. An alle Österreicher. An alle Österreicher. Ich finde euch richtig geil. Die Berge an, ey. Hauptsache, wir sagen... Die Alpen... Guck mal, da sind die Alpen. Wie sieht das da hinten? Als ob das nicht die Alpen ist. Die Sättigung vom Gras und von den Blättern und so. Einfach krass, ne? Das ist einfach auf Filter drüber. Und da hinten sind die Alpen. Ja, hier ist es voll geltend. Also warm auch. Bei uns ist kalt das Gras. Wenn ich sowas sehe, dann hab ich mal voll das Bedürfnis, da hochzurennen und zu klettern. Wenn ich so eine weiße Wiese sehe, hab ich mal das Gefühl, rüber zu rennen. Oder bei so kleinen Hükelchen. Da hab ich immer so Lust da so runter zu rennen. Oder einmal zu rennen. Ja, genau. Um mich einmal zu rennen und runterrollen. Ja. Ja, das ist... Ich würde auch voll gern fliegen. Dann würde ich so immer so... Übel. Fliegen wäre was geiles. Anna, wenn du eine Superkraft haben könntest, was wäre es? Bei mir wäre es Fliegen. Bei mir wäre es Menschen heilen, weil ich möchte... Oh! Ganz schlechte, die Gabel. Scheinheilige! Aber das wäre... Ich meine, das wäre schon geil. Du wärst schon der King. Ja. Wenn du sagst, ich kann die Menschen heilen, dann wüsst du, wie die Schlange steht. Ja. Ne, das spart natürlich nicht. Aber fliegen wäre geil, weil dann wärst du auch der King. Ja. Du bist immer der King. Du bist immer der King. Schein, ey. Ich muss nur dringend auf Toilette. Gar nicht mehr. Ich muss auch auf Toilette. Oh! Oh, ja, nicht. Kennt ihr das, wenn man auf Toilette muss beim Autofahren? Ja, kennt ihr. Ich weiß. Leute, das ist der Grund, warum ich wenig trinke. Weil ich es blöd finde, wenn ich auf Toilette muss. Weil ich im Moment, wo man auf Toilette muss, ist keine coole Toilette da. Ja, genau. Ist immer so, ne? Das ist echt immer so. Deswegen einfach nichts mehr trinken, Leute. Lifehacks. 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 Nein, das war natürlich nicht ernst gemeint, Leute. Alter. Disclaimer, trinkt genug, Leute. Wow. Mir wird schlecht. Seht? Dann müssen wir rausgucken. Oh mein Gott! Als hätten wir noch nie ein See gesehen. Hey, der ist immer schön. Der sieht aus wie ein Kristallsee. Da sieht man gar nichts. Oh mein Gott. Schade, das sieht man gar nicht. Das heißt Bäume. Oh mein Gott. Bäume, geht weg. Oh, so wunderschön. Hey, ich bin nach Neuseeland zurück. So, das ist der Zugspitzenblick. Wir sind Zugspitze. Wir sind Zugspitze. Wir sind Zugspitze. Wir sind Zugspitze. Wir sind Zugspitze, Digga. Wir haben alle gesagt, wir sind iPad und dabei sind wir Zugspitze. So, ähm, kann denn jemand hier von euch singen in diesem Bus? Sonja! Ich kann nicht singen! Lamiya! Tamiya! Lamiya! Lamiya! LaMia! Lamiya! Slihimani, haben wir hier vorne. Kommen Sie mal hier her. Okay. So, komm ein bisschen aus dir raus. Das kriegst du Hannah schon da. Bring mir bündlich. So, komm ein bisschen aus der Nähe. Weg zu dir! Baby Read all about And I never seen a booty like this I sneeze on the beat and the beat got sick Young say y'all wanna smell like Young say y'all wanna smell like liquor Young say y'all wanna smell like liquor Young say y'all wanna smell like liquor Like liquor Unbreak my heart Say you love me again Under the clouds Where are you now When I need you the most You go back to her And I go back to I go back to Go back to us It's not enough Your life blowing All So Leute Wir sind jetzt endlich in unserem Hotel angekommen Und ich zeig euch das jetzt mal Und zwar kommen wir so rein Es ist echt schön Hier ist so das Bad Es ist mega modern auf jeden Fall Dann hier so Es ist richtig schön Und dann haben wir noch so eine Terrasse So eine kleine Süß Und wir müssen uns jetzt voll 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 schnell ready machen Weil wir jetzt gleich zum Andreas Buranikasat gehen Und dann müssen wir uns richtig beeilen Oh geiler gefrüchte Oh Wir sind uns so beeilen So wir sind jetzt hier alle Wieder so mit seiner Kamera Voll der Abwaschung Mit dem Dinner Und wir haben jetzt gerade alle unser Essen hier geregt Und ich hab so Da wird Tomatenspip bestellt Aber ich bestell Also ich überleg mir nochmal was zu bestellen Weil es ist mir viel zu wenig Das schmeckt frisch gemacht Und ähm Oh ich möchte es auch unbedingt probieren Boah Es ist frisch gemacht Yummy Ich hab Hummus Der schmeckt so Mh 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 Es ist schön Es ist ganz gut Ja ist so warm Yummy Guck mal wie schön Guck mal wie schön Die Bühne Und wir treffen jetzt gleich Andreas Buranikasat Was ist los? Ey was ist los? Voll aufgeregt und so Bist du schon aufgeregt? Oh mein Gott Aufgeregt? Come on Mein Gott ich kann mal ihn schon Andreas ich komme Voll komisch eben nur Andreas zu nennen Na wie schön hier so Na Na Richtig schön Na Richtig schön Da ist immer ein Contester Was? Ich finde voll komisch Wenn man einfach nur Andreas sagt Ich finde man muss ihn Andreas Buranikasat nennen Ja ja Wo ist Andreas? Hört sich so Hey Andreas? Das ist richtig komisch Bist du wie ein Bier da? Bist du wie ein Bier da? Wie ein Bier waschlos? Bist du mal selber Konzerte zu geben? Oh Gänsehaut Oh 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 Gott Oh mein Gott wie schön der Garten Oh mein Gott wo bist du Andreas Buranikasat? Oh mein Gott wo bist du Andreas Buranikasat? Ja Geht voll auf jetzt hier Ich freue mich schon wenn das Lied ein hoch auf uns kommt Kann ich mit singen Das war mein Abiba Lied Aber ich glaube in dem Jahr Also letztes Jahr Hatten so viele das Lied Für den Abschlussball Oh mein Gott voll schön Oh mein Gott voll schön hier So cool Wenn die Kamera jetzt hier runterfällt Das wäre echt scheiche Oh mein Gott Das darfst du nicht sagen Wieso drückst du immer da anstatt einfach an der Seite zu drücken? Nene weil das für ein Foto macht das ist ganz anders Die Kamera ist jetzt ganz anders Ein ganz neues Level New story, I'm sorry Das Konzert war sehr schön Ja Es war echt schön Es war sogar Special Guest Leute Oh mein Gott VIP waschlos Wir hübschen Okay Das war echt voll schön So eine schöne Stimme Und Aber wir waren so weit weg Ja Ich hab geschrien Andreas Ich hab gerne seine Hände gehalten Mit ihm Im Rett gesungen Aber es war einfach nicht wirklich Duddudum Das ist der kleine Mann, ne? Voll nachdenklich. So, man denkt sich gerade nach. Was geht in deinem Kopf? So, hm, was esse ich morgen? Hm, oder soll ich jetzt noch in den Pool gehen? Ja. Nein, erstmal Prostik an der Instagram-Feld. So, jetzt wollte ich erstmal meine Idee haben. Jetzt gucken wir hier. Was denn? Er checkt gar nicht. Ich hab die ganze Zeit so gemacht. Ach so, kille, 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 kille. Guck mal, er lacht sogar. Ja, ja, ja. Bist du noch da? Ich bin noch available, ja. Ich geh mit in der Jacke, ja. Sieht gut aus. Sehr gut, ich weiß, das sieht gar nicht gut aus. Sieht aber doch scheiße aus, fast. Wie scheiße alle Leute hier. Leute, wir machen euch jetzt einen Ohrbom. Watch me flip. 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 Okay. Petition. Now break your legs. Break your legs. Ja, ich habe das kein Ohrbomben. Ich bin in derố. Und übrigens noch nicht.